Yo Leute, willkommen zurück zu ARK und ja es ist ein Raptor, den ich gefunden habe. So jetzt muss ich gucken, dass ich den nicht verliere. Jawoll. Okay. Tamen. Fleisch. Okay. Komm schon, du kriegst Hunger. Sonst muss ich dich nämlich hauen. So. Okay. Wen schnappe ich mir denn als nächstes? Wen schnappe ich mir denn? Also ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich ein paar Viecher gekillt bekomme. Ähm. Damit. Ah. Raptor 1. Okay. Hi. Ähm. Access Inventory, bitte. Du wirst auf jeden Fall ein Reit hier von mir. Und du folgst mir auch. Hm. So. Was brauchen wir? Ähm. Meal Damage brauche ich auf jeden Fall mehr. Achso. Okay. Den kann ich hier nicht lernen. Und ich glaube, hier kann man auch, äh, keine fliegenden Viecher kriegen. Also wirklich fliegende. Ich glaube, nur so gleitend ist hier möglich. Ähm. Bum, 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 bum. Oh. Okay. Okay. Wie fa... Ja, hab ich. Okay. So. Dann, was brauche ich noch? Ein Wasserreservoir. Ja, klar. Äh. Äh. Bum, 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 bum. So. Ja, du hast aber zu fressen. Du hast auf jeden Fall genug zu fressen. Also du wirst jetzt nicht sterben an Hunger oder sowas. Ich weiß, dass die Bolas ziemlich stark sind. Ähm. Ne, brauche ich alles nicht. Patschi auch nicht. Im Endeffekt erstmal brauche ich gar nichts. Wovon ich meine, hier ist sowas. Äh. Okay. Moment. Habe ich die Schmiede schon? Ich glaube nicht, oder? Oder übersehe ich die jetzt einfach gnadenlos? Ich weiß es nicht. Okay. Ich warte mal lieber. Ich warte mal lieber ab. So, zack. Ich würde sagen, ab nach draußen, oder? Uh, der Raptor ist gut. Kann mir echt folgen. Oh, das sind Skorpione. Sehen aus wie Skorpione. Das sind Skorpione. Jawoll. Greif an mein Viech. Vergiss es. Okay. Okay. Ähm. Ja, war klar. Ich bin betäubt. Verdammt. Also, ich kann jetzt nur warten. Ich kann jetzt nichts machen. Ich kann nicht mal ins Inventar, oder so. Aber meine Health ist ziemlich hoch. Ich kann mich auch nicht bewegen. Also, da ist mein Raptor zum Glück. Das heißt, wenn ich angegriffen würde, dann würde der wahrscheinlich was machen. So. Narkotikbären nehmen wir mit. Wir nehmen alles, glaube ich, mit, oder? So. Wir können die ja... Lassen wir jetzt gleich... Ähm. Direkt wegfuttern. So. Wusste ich's doch. Das heißt, Hands... Das heißt, einmal... Ne. Die weg. Und die wegknuspern. So. Was war das denn hier? Vor allem... Äh. Okay. Das hier ist wichtig. Du bist wichtig. Du auch. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Äh. 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 Wie? Rightly from my options. Äh. Hä? Versteh ich nicht. Rezepte. Accept. Okay. So. Okay. Achso, du hast noch was gefressen. Achso, du hast aber auch... Ja. Genau das. Ach. Scheiße, die geben Schettin. Die geben keine Heiz. Da hinten. Ich weiß nicht, was die geben, aber... Ich werde mal gucken. Ob die nicht Heiz geben. Ja. Uh. Pass auf, kurzer. Was? Nicht, dass der dich killt. Ah. Ich brauche einen Sperr. Ja. So. Zack, zack. Okay, wir gehen weiter. Wenn er den nicht mal angreift, heißt das so viel wie... Ne. Okay. Da ist nicht mit... Shit. Hä? Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Wie viel Heiz brauche ich? Ich... Ich glaube eine ganze Menge war es. Ach. Cancel. Crafting. Es war eine ganze Menge, die ich brauchte. Ähm. Im Übrigen... Waffen... Werkzeug... Achso, die sind schon da drin. Ähm. Ja, noch einiges an. Halt. Die Fibers, die kriege ich ruckzuck zusammen. Aber... So. Ähm. Wo ist denn der Sattel hier eigentlich? Da unten. Jetzt wollte ich nur noch Fibers. Habe ich? Habe ich? Ich glaube das müsste sogar schon reichen, oder? Reicht nicht. Haha. Und zwei nicht. So. Jawoll! Okay. Erst einmal... Geben wir dir Movement Speed. Und dann... Equipen wir den Sa... Equip saddle. Okay. Okay. Reiten tue ich echt lieber in einer, äh... In einer Third Person. In einer Third Person. Aha. Okay. Wie komme ich da runter, ohne... Das... Ich oder mein Raptor sterben? Wollen wir jetzt auch nicht. So. Da drüben scheint ein Abhang zu sein. Oh. Oh. Wo? Ich... Was ist das? Moment. Was ist das? Wo ist das hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geh weg. Ich will dich nicht. Ah. Okay. Ich komme trotzdem hier nicht runter. Verdammt. Ich muss da aber runter. So. Wobei ich kann auch hier oben bleiben. Aber... Ich würde gerne da runter. Sagen wir es so. Ich brüchte nicht die Knochen kürzer. Okay. Okay. Was bist du denn? Okay. Das wird ein Abgang. Ich hoffe du kannst schwimmen, kurzer. Ja. Kannst du. Okay. Lieber. Schwimmen wir mal beide. So. Äh. Mir fehlt irgendwas. Für die ähm. Für die Speere. Nicht dass hier gleich ein Megathlon oder so vorbeikommt. Ich weiß nicht ob es die hier gibt auf der Map. Okay. Die Viecher sind böse. Ich blute wie so. Okay. Aus irgendeinem mir noch unerklärlichen Grund. Bin ich nicht in der Lage... zu schießen. Während ich im Wasser bin. Und ich bin tot. Okay. Okay. Ja. Okay. Das heißt... Äh. Warum hat der ein Vollbad? Muss man sich inzwischen rasieren? Ja. Alter. Gevater. Ne. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Und die haben meinen Raptor im Übrigen getötet. Möchte ich einmal sagen. Weil ich hab's gesehen, dass... dass er wohl tot ist. Was ich schon wieder eine Schweinerei finde. Ich hab so viel auf mich genommen. Nur damit ich diesen... diesen Raptor finde. Ja. Ja. Quatsch, ey. Das ist so ein Scheißding hier. Okay. Okay. Das heißt erstmal eine Armee aus Raptoren aufbauen. Das war schlecht. Ich brauch eigentlich Holz. Ne, brauch ich nicht. Für den brauch ich kein Holz. Wenig überraschend, aber... nicht schlecht. So. Und... Zack. Ah! Die Fungalroute kann genauso eingesetzt werden. So. Das heißt... Ich brauch erstmal Holz. Das ist erstmal das Wichtigste jetzt. Fungalroute. So. Niemals ohne Speere losziehen. Das hab ich jetzt gelernt. Niemals. Niemals. Okay. Ein bisschen das. Und ein bisschen das. Okay. Jetzt... Versuchen was. Ja, komm, stirb. Jawoll. Ja, wo hab ich den Speer hingeschmissen? Das wird total dämlich. Ich hätt den gar nicht schmeißen müssen. Egal. Healdamage. So. Und jetzt... Was gibt es denn noch so schönes? Äh... Wofür ist die denn? Wo ist denn die Schmiede? Wo ist die verdammte Schmiede? Ich bin mir nicht sicher. Und ne Flairgun... Na... Wo hab ich die eigentlich erforscht? Kann man damit auf Gegner schießen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so weit oben ist, die Schmiede. So. Das heißt... Ah, Moment. Da ist sie. Ha. So. Und... Dich nehmen wir. Used for cutting hair and other materials. Hab ich ganz dringend nötig. Hab ich wirklich ganz dringend nötig. Okay. Okay. So. Ähm... Erst einmal... Was fehlt mir denn? Für ne... Anständiger Steinschleuder. Äh... Wo haben wir sie denn? Ich das jetzt wüsste, ne? Da haben wir sie. Fibers. Hab ich mir fast gedacht. So. So. Da haben wir die Halt. Okay. Was bist du? Achso. Okay. Achso. Das ist ein Erdbeben. Ah... Ah... Okay. Verstanden. Verstanden. So. Das ist jetzt erstmal wichtig. Okay. Dann. Hi. Okay. So. Ich hätte gerne... eine nachgeladene Steinschleuder. Und dann werde ich jetzt wieder auf Robthornjagd gehen. So. Ich weiß nur leider nicht wo. Ich hoffe, ich finde jetzt einfach wieder einen. Und kann den dann für mich gewinnen. So. Und dann werde ich halt hier, wenn ich so zwei, drei Raptoren habe, ich muss die dann zwischendrin halt immer wieder wegschicken. Werde ich dann, äh... Okay. Wow. Die brauchen viel. Okay. Die brauchen sehr, sehr viel. So. Äh... Die brauchen sehr, sehr viel. Weil sonst... Äh... Fressen die sich gegenseitig. So. Okay. 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 Wobei, die Viecher da unten, die waren ziemlich cool. Würde ich gerne mit... äh, auch mal, äh, in... Und seine Jagdgruppe mit aufnehmen. Oder die Skorpione. Ich glaube, ich versuche die Skorpione. Dafür muss ich nämlich nicht da runter. So. Die level ich dann hoch. Und... Dann müssten die da unten... Oder dürften die da unten auch kein Problem mehr darstellen. So zumindestens die Theorie. Wie das nachher in der Praxis aussieht, das... Schauen wir mal. Oh. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, wo der war. Der Dodo. So. Aber es ist nicht schade um den Dodo. Also... Ich glaube, da... Wird mir jeder verzeihen, aber... Dodo sind so... Die nutzlosesten Schiecher in diesem Spiel. So. Wobei, die können gut sammeln. Meine ich. Hier sehe ich gerade keinen Raptor. Ich brauche irgendwas, was halt mit angreifen kann. Vernünftig mit angreifen kann. Das heißt, ein Fleischfresser. Die dann halt auch selbstständig auf Jagd gehen können zur Not. Und... Handtäune... Ah. Ja. Da hinten sind die Skorpione, glaube ich. Wenn du mich jetzt hier runterstammst, ne? Jawoll. Also in Seven Days of Three hätte ich da jetzt auf jeden Fall Sturzdamage bekommen. Ist das ein Raptor? Ich glaube nicht, aber ich muss es mal versuchen. Ich hoffe, dass es einer ist. Ne, ist keiner. Ist leider wieder nur ein Pflanzenfresser. Okay. Gut, dann... Bist du? Okay. Keine Ahnung. Raw Meat? Ja. Okay. Schade. Wird ja sein können, dass ich den mit einem Mal getamed bekomme. Okay. Der ist ziemlich schnell wieder hungrig. Ja, ja. Komm, komm, komm. So. Der hat eine interessante Farbe. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Okay, du brauchst insgesamt sieben Stück. Das ist Nummer vier. Der wird kurz vor knapp wird, der nämlich nicht fertig. Okay. Gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Wir würden mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis... Ähm. Nicht besser, dann bist du da. Äh. Bei ARK. Auch so rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Äh.